Du bist nicht vorbereitet! Und das ist dieses wirklich sehr, sehr schicke Schwert, erinnert vom Style irgendwie ein bisschen an Uldur bzw. Algalon. Das sieht recht cool aus und die Schildhand gehört natürlich hier in dem Fall auch noch mit dazu. Der ist relativ einfach zu fahren. Für alle Hidden Skins, das ist jetzt im Allgemeinen, sei vorausgesetzt, dass ihr mindestens Artefakt Wissensstufe 6 habt. Das heißt, wenn ihr Shift-Rechtsklick auf eure Waffe macht, dann könnt ihr hier auf diese Zahl oben fahren und dann seht ihr Artefakt Wissensstufe. Das soll die mindestens 6 sein, da man sich das mittlerweile kaufen kann, gehe ich aber ganz stark davon aus, dass das normalerweise jeder schon haben sollte. Der Feuermagier-Skin ist generell ziemlich einfach zu holen, denn sobald ihr dort Artefakt Wissensstufe 6 habt, dann könnt ihr hier nach Suramar reisen. Und in Suramar hat jeder Gegner dort eine Chance, diesen Skin zu droppen. Natürlich gibt es bessere Farmspots und schlechtere Farmspots. Persönlich würde ich empfehlen, wenn ihr alleine farmt, farmt hier in der unteren Hälfte der Stadt. Dort könnt ihr einfach so viele Mobs wie möglich zusammenziehen, wie ich in diesem Fall, und könnt ihr einfach wegbomben. Ansonsten, ihr könnt das Ganze natürlich auch in der Gruppe farm. Nehmt einfach 5 Magier, sind öfter im benutzerdefinierten Tool Gruppen drinnen, die diesen Hidden Skin farm. Da könnt ihr einfach hier drüben farm, das wäre nochmal ein bisschen effektiver. Dort sind ein bisschen mehr Gegner auf einem Fleck. Da könnt ihr aber mit einer größeren Gruppe natürlich dementsprechend einfach alles zusammenziehen. Jedes Mal, wenn ihr einen Gegner tötet und der Skin ist nicht drin, wird die Chance erhöht, Zeitpatch 7.2. Das heißt, wenn ihr einfach nur intensiv grindet, solltet ihr ihn eigentlich relativ fix haben. Ich persönlich habe nicht mal 15 Minuten gebraucht, um den Skin zu erbeuten. Den zweiten Skin, den wir uns anschauen, der ist für den Frostmagier. Und das ist dieser sehr, sehr schicke Stab, der hier ein bisschen am Brennen ist. Gibt es natürlich auch wieder in unterschiedlichen Farben. Wenn ihr dann den Skin erhalten habt, könnt ihr natürlich daran arbeiten, dass ihr die freischaltet. Und dieser Skin ist auch wieder verhältnismäßig einfach zu erhalten. Er kann jedoch ein paar Wochen in Anspruch nehmen. Meistens ein bis zwei Wochen, bis es das erste Mal kommt. Denn dazu müsst ihr in eurer Klassenhalle einen gewissen Klassenzahlen-Perk auswählen. Da könnt ihr ja unten, dort wo eure Karte ist, eure Speerkarte, da habt ihr hier drüben die gute Chronistin. Und hier könnt ihr ja gewisse Perks für eure Klassenhalle auswählen. Und was ihr hier braucht, ist der Teleportationsnexus. Das heißt, ihr müsst das hier erlernt haben. Solltet ihr das hier gelernt haben, könnt ihr das natürlich changen gegen 2000 Ordensressourcen und 3 Tage Wartezeit. Dann habt ihr nämlich in Zukunft hier diese Portale im unteren Bereich. Dann habt ihr täglich einmal die Chance. Jedes Mal, wenn ihr in eure Klassenhalle geht oder wenn ihr gerade einloggt mit eurem Magier, dann kann in eurem Chat ein Emote auftauchen. Und da steht, ihr hört ein Knistern aus dem Portalraum. Wenn ihr dieses Emote im Chat seht, einfach jedes Mal, wenn ihr einloggt, schaut ihr einmal. Das kann nur einmal täglich brocken. Das heißt, ihr braucht euch nicht tausendmal in die Klassenhalle rein teleportieren oder sonst was. Jedes Mal, wenn ihr euch einloggt oder einmal am Tag in die Klassenhalle vorbeischaut, schaut, ob ihr im Chat dieses Emote kommt. Das heißt, ein Knistern erscheint in den Portalräumen oder so. Irgendwie in der Art steht dort, ist relativ übersichtlich zu sehen. Ist einfach so in einem orangen Text geschrieben. Wenn das passiert, geht einfach in den Portalraum. Das heißt, hier runter und klickt irgendeines dieser Portale an. Ist komplett egal, welches Portal ihr dann anklickt. Wenn dieses Emote da ist, dann werdet ihr in den Frostfeuergrat teleportieren. Das könnt ihr hier sehen. Und im Frostfeuergrat seht ihr einfach, auf dieser Anhöhe liegt dann dieses Item. Das könnt ihr einfach plündern, könnt es anschließend einfach benutzen. Und dann erhaltet ihr auch schon den Hidden Skin für den Frostmagier. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Hidden Skin für den Magier. Und das ist für die Arcan-Spezialisierung. Und hier haben wir einen sehr, sehr schicken Stab. Und das Event dazu ist auch wirklich cool gemacht. Kann allerdings auch wieder ein Zeitchen in Anspruch nehmen. Denn auch hier müsst ihr wieder auf ein zufälliges Event warten. Aber man muss natürlich vorher erstmal andere Sachen erledigen. Und das schauen wir uns an, was das genau ist. Als erstes müsst ihr euch nach Azuna begeben. Und da genauer in die Nähe vom Verteidigungsbosten der Elitarii. Wobei, die gibt es in mehreren Orten. Nur hier in der Nähe wäre einer. Und da müsst ihr den Fels schwingen, Hypokryphen schieben. Und dann seht ihr auch schon an dieser Meldung vom instabilen Stab. Das heißt, wenn ihr den geschiebt habt, dann habt ihr es schon richtig gemacht. Dann geht es weiter nach Valschara. Dort suchen wir einen wilden Traumläufer. Auch die sind wieder auf der Karte gezeigt natürlich. Und auch den schieben wir wieder. Auch dort meldet sich das instabile Stab. Das heißt, wir müssen hier erstmal ein paar Mobs schieben, um das Ganze auszulösen. Dann haben wir hier auf dem Hochberg selbst, das heißt auf dem Berg hier oben, haben wir diese Höhne-Gipfel-Ziegen. Die können wir natürlich auch wieder schieben. Und auch hier sehen wir wieder instabiles Schaf schiebt eine Meldung. Das heißt, auch das hat sozusagen dafür gezählt. Dann haben wir noch das nächste, beziehungsweise das vorletzte. Das ist in Sturmheim. Das sind hier diese Ronenhorn-Kälber der Ebenen. Auch das schieben wir natürlich. Auch hier gibt es wieder eine Meldung, dass ihr das geschiebt habt. Macht das am besten alles nochmal extra ab, falls ihr es schon mal irgendwo angefangen habt. Nicht, dass ihr irgendwas vergesst in irgendeiner Art und Weise. Und dann natürlich noch beim Burbur-Dickicht in Surima brauchen wir noch eine Herzholzkirsch. Nee, wie heißt sie? Herzholz-Hirschkuh. Nicht Kirschkuh. Nee, Hirschkuh natürlich. Die müssen wir auch noch schieben. Dann haben wir ein tägliches Event. Und zwar jedes Mal, wenn wir uns in unsere Klassenhalle begeben, kann ein instabiles Schaf spawnen. Das heißt, wieder einmal am Tag einloggen. Einfach schauen. Da kommt eine Meldung im Chat. Und zwar von dem Code der Hirte, Matt Corv. Da schreibt er, es hat geklappt. Dann steht einfach ein Schaf vor euch. Einfach aufpassen. Ich habe es selber einmal übersehen und musste dann nochmal ein paar Tage warten. Und dann einfach das Schaf so lange rechts klicken, bis es explodiert. Anschließend müssen wir weiter wieder zurück nach Sturmheim. Und hier ist relativ groß. Rund um den Runenwald kann ein extrem instabiles Schaf spawnen. Gebt einfach, fliegt dort rum. Gebt Slash Target extrem ein. Denn dann sollte er es eigentlich relativ fix finden. Auch hier klicken wir das Schaf wieder so lange an, bis es explodiert. Und dann kriegen wir schon eine Meldung. Instabiles Schaf aus Elvin. Das heißt, es gibt uns den nächsten Tipp. Dann müssen wir in den Wald von Elvin reiten. Reisen. Dort haben wir den Turm von Azora. Und da treffen wir dann auch den guten Schafhirten. Und die Story um den ist ein bisschen cool. Denn der ist anscheinend irgendwie geistig ein bisschen belastet. Denn er hat anscheinend die ganze Familie von einem netten Holzfäller, den wir hier gleich kennenlernen, in Schafe verwandelt. Und dann verwandelt er ihn schlussendlich auch noch in ein Schaf. Und dann müssen wir ihm natürlich den Garaus machen. Denn so kann das nicht weitergehen. Da sehen wir nämlich auch schon die Schafe. Die stürmen dann auf uns zu, sobald wir mit ihm geredet haben. Und da müssen wir dann einfach diese Schafe erledigen. Quasi löscht für die Familie von diesem Typen aus. Das erfahren wir aber leider erst am Ende der Questreihe, was wir da eigentlich gerade angerichtet haben. Das heißt, für den Arcan Magier Hidden Skin nochmal zusammengefasst. Zuerst müsst ihr in allen neuen Zonen in Legion diesen einen Mob schieben. Dann habt ihr täglich eine Chance, dass dieses Schaf in eurer Klassenhalle spawnt direkt bei euch. Braucht ihr einfach nur die ganze Zeit rechtsklicken, bis es explodiert. Dann wieder Sturmheim. Dort sucht ihr das nächste Schaf. Rechtsklickt das. Zurück in den Wald von Elvin oder zum Turm von Azora. Und dort kriegt ihr dann dieses nette Event noch. Und da kriegt ihr am Ende dann den Hidden Skin für den Arcan Magier. Ein wirklich sehr, sehr cool gemachtes Event. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert, vor allem die Story zum Ende hin, war irgendwie mega, hat mich mega verwirrt auf einmal. Weil man hat dann ganz am Ende erst erfährt, dass man quasi die ganze Zeit die Familie von diesem Typen ausgelöscht hat. Weil der Typ halt alle in Schafe verwandelt hat. Da kommt er auch schon. Ja, das war es mit dem versteckten Artefakt Skins für den Magier. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Lasst euch auf keinen Fall auch in Schaf verwandeln von den guten Typen. Wenn euch das Video geholfen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab, damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mit meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao. Schöne an me now, blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold, hot ground. Aaaaaah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR